Veronica Tennens Leben war vom Tanz geprägt. 25 Jahre als weltbekannte Ballerina und 10 Jahre hinter den Kulissen. Die Leidenschaft, die sie zur Tänzerin... ...about why you're dancing now, and then fill that music out, fill the music out till the end of your phrase and stand at the bar, okay? Flora to begin? Yeah, okay. Good girl. Listen and hear. Good. Cross the fists, cross the fists. See yourself, see yourself. Beautiful. Yes, good girl. Now listen and hear. Because there's a difference. Good. And then one... ...and breathe... ...down. And round of jump back to here. I just feel so much for each one of those. Ich kann mich so gut in diese Mädchen hineinversetzen. Ich weiß genau, wie weit jede einzelne...